Kennen Sie den Werbespot von Nescafé, der mit dem coolen Typ, der mit blutem Oberkörper aus der Küche kommt und die wartenden Frauen mit einem Kaffee-Löffel-Kunststück beeindruckt? Beate Schlatter beeindruckt das überhaupt nicht. Der kann das schon lange. Scheisse. Weat Schlatter als Nescafé-Mann und ähm ... Ist es vielleicht etwas schnell gegangen, Miro? Scheisse. Wollen wir noch einmal? Nein, glaube ich, es ist genug. Mehr Kassensturz gibt es in einer Woche. Bis dann gute Zeit.